Wir sind ergebnismäßig extrem enttäuscht, vom Spiel nicht, du musst natürlich die Torchancen nützen. Restverteidigung, mein Kollege hat es gesagt, gegen eine Mannschaft, die dann in der eigenen Hälfte verteidigt, gibt es viele Räume. Und diese Räume haben wir sehr, sehr gut mit der Restverteidigung zugemacht. Letzte Aktion in der 95. Minute, spiele sie quer, da wird es richtig gefährlich. Ich habe sonst nichts zugelassen, aber wir schaffen es nicht, ein Tor zu schießen. Dieses Spiel dann unentschieden, ist extrem bitter. Hast du in Heideheim so verloren, da waren wir müde. Heute hast du gemerkt, wir waren frischer. Die paar Tage über Weihnachten hat uns sehr geholfen, weil wir vorher ein unglaubliches Programm hatten. Aber wir haben kein Tor gemacht, das müssen wir uns vorwerfen lassen. Und dann spielst du in diesem Spiel 0-0 und denkst hinterher, wie geht denn das? Aber es ist so, wenn du kein Tor schießest, kannst du ja nicht gewinnen.